Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank von VECO, ein CDS90. Warum zeige ich euch einen Kühlschrank von VECO? Weil dieser Kühlschrank war oder kommt wieder in ein Wohnmobil rein. Und ihr seht hier hinten hat es keine Kühlmaschine. Normalerweise steht hier die Kühlmaschine drauf, hier der Kompressor, hier der Wärmetauscher. Und hier entsteht Geräusche. Bei diesem Wohnmobil ist hier oben das Bett. Also das heißt, der Kopf ist direkt über dem Kompressor. Und der Kunde hat gesagt, er möchte das Kühlackegat weg. Und zwar 2 Meter. Der Kunde war dann hier mit dem Kühlackegat. Das sieht jetzt so aus, das Kühlackegat. Und von hier bis hier an die Kupplung haben wir 1,70 Meter Leitung. Hier kann der Kunde die Kupplungen zusammenschrauben. Der Kunde kommt vom Elektrischen. Die Kabel verlängern macht er selber. Bis hierher, er baut sowieso noch in digitalen Thermostaten ein. Also unsere Arbeit war jetzt einfach, die Leitung zu trennen. Hier verlängern. Meistens verlängern wir hier und setzen dann die Kupplung irgendwo anders. Und dann ein Aggregat so zu setzen. Das heißt, wir haben hier den Wärmetauscher, Kompressor und die Steuerung. Das ist jetzt alles so ein bisschen lose. Nur das wird natürlich im Wohnmobil angeschraubt. Ja, das ist Arbeit, die wir machen. Aber kauft euch jetzt nicht so einen Veko-Kühlschrank, sondern es gibt das ja fertig. Verlinke ich euch hier den 95er. Das ist der gleich große Kühlschrank, aber mit dem externen Aggregat. Weil dieser Platz hier oben, ist ja jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Da steht, ist leer. Und der 95er hat ein bisschen mehr Inhalt, wie dieser Veko-Kühlschrank. Dometic heute. Ja, das soll es gewesen sein. Kühlschrank mit Kupplungen verlängert. Hier der 95er und hier ein Video über die Kupplungen. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.